Moin Leute, was geht? Jetzt willkommen zum weiteren Kleinkommen. Ich bin Mr. Lee, heiß, Ega. Und ja, willkommen hier zum weiteren, leicht überhitzten Tag in Kreta. Ich bin mal wieder auf dem Weg in den Pool. Ja, wir haben heute auch nicht mehr viel vor. Wir haben uns dazu entschieden, heute mal ein Chilling zu machen. Wir haben uns auch schon wieder rein. Wir machen auch wirklich nichts mehr. Ich bin auch in den Pool und das war's auch. Ah ne, wir fahren noch mal ganz kurz in die Stadt, weil meine Schwester sich ein Souvenir ausmüllen will. Und das war's auch schon. Ist geil. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich nochmal wieder. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. So Leute, der Abend neigt sich dem Ende. Wir haben jetzt 20.26 Uhr. Ja, ist ein ziemlich kurzes Video geworden, aber ist auch nicht viel passiert. Wie gesagt, war heute einfach nur ein chilliger Tag. Ich sitze hier noch ganz entspannt im Bett und gucke dabei ein bisschen noch ein paar Steffka. Und ja, dann war's das dann auch mit der heutigen kleinen Folge, wollte ich sagen, einen kleinen Vlog. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Oh!